hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Candle ich bin euch wieder nach dem Ticket und heute ist mal wieder das Spiel Matchington Minson dran haben wir hier runter geladen können wir gleich starten das ist gut sparen wir ein bisschen Zeit denn Zeit ist knapp ich habe gestern noch eine Runde gespielt oder zwei weiß ich gar nicht mehr ich glaube eine nur ja ich glaube eine Runde habe ich nur gespielt danach noch und dann und dann hat es schon wieder aufgehört Nein Rot brauchen wir nicht jetzt noch 9 mal rosa 1 und noch 3 Fertig Gut Geschafft ich konnte nichts kaufen ok 35 Bücher das geht nicht so schade einmal da einmal da wenn er noch einen runter geben würde das ist super ok Okay, jetzt habe ich noch einen. Dann halt so. Immer noch nichts bauen. Auf welches Level werde ich das nächste Teil aussuchen. Okay. 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 Oh, und wieder geschafft. Jetzt was bauen? Nein, noch nicht. Fünf. 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 Machen wir es so. Okay. 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 Hmm, da. Habe ich nicht den gemacht? Oh, ja. Die waren ein bisschen zusammen. Ach, das war nichts. Ah, der lebt immer noch. Hmm. Ah, gelb und rot muss ich noch. Ich habe gerade wieder nicht hier links hingeschaut, was ich alles machen muss. Und, ja. Aber, das wird noch. Das schaffe ich noch. So, wie. Geschafft. Ich habe doch jetzt schon genug Geld. Du kannst schon wieder das nächste Teil kaufen, Frau. Immer noch nicht. Ach, Mensch. Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Hm. Rot, grün, blau brauche ich. Okay. Dann machen wir erstmal so. Blau, rot. Rot, grün, blau, grün, rot. und alles und so. Lila brauche ich nicht. Okay, okay, okay. 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 Blau. Na, fertig. Ja. Aber knapp gewesen. Nur noch 200ig. Na, ein Paket. Ja. Okay. Drei Tage Halloween jetzt, ne. Ah, ne. Ja, ich habe das, äh, mein Ding, das habe ich jetzt ja schon geholt. Schnell abholen. Beenden. Da, mein Ticket. Einlösen. Wo ist das nicht hier? Wie hieß der Held? Mit der Erde? Die Comic Zeichentrickfigur. Die Comic Zeichentrickfigur. Planet. Captain Planet. Ich glaube, Captain Planet, oder? Der sieht ja auch so ähnlich aus. Selber ist er es nicht, aber es sieht so ähnlich aus. Na egal. Okay. Das war mein Ticket. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. B-b-b-b-b-b. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.